Wie heißt du? Tom. Tom. Tom, ich werde jetzt einen 21-Euro-Schein verschwinden lassen. Das kann ich auch sehr gut, normalerweise. Das kann meine Frau auch besonders gut. Du musst richtig ran zoomen. Nicht, dass eure Zuschauer dann sagen, ja, hier, mal so weit weg mit der Kamera. Das kann ja jeder. So, und Tom, wenn du genau hinschaust, siehst du, der Geldschirm war. Alter, klatscht man eigentlich nicht daran. Da gutt man doch eigentlich, oder? Wenn da jetzt ein 50er draus geworden wäre, dann hätte ich geklatscht. Ja, das war's. Danke für's Gute. Das war's. Okay, ich probier's. Aber ich weiß nicht, ob's klackt. Die Farbe hat sich schon verwandelt. Das ist mein 20er. Oh! Da freut er sich jetzt! Guck dir mal deinen Gesichtsausdruck an! Schau ihn dir an!